Es ist schon eines der interessantesten Vorhaben, an altvertrauten Orten Neues zu entdecken. Am besten glückt das wohl, wenn man die Motive anhand von hochauflösenden Fotos eingehend und glosam betrachtet. Wie oft erklingt dann die Bemerkung, so habe ich das noch nie gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020